Guten Tag, mein Name ist Georg Hübner und ich bin Produkttrainer bei Dirac. Ich würde Ihnen gerne heute unsere Erdungsschraube mit Segmentschneide und Kratzzahn vorstellen. Wir haben zum einen unter dem Senkkopf eine Segmentschneide, die in einer Senkbohrung den Lack aufschneidet und damit die elektrische Verbindung zum Blech herstellt. Um 90 Grad versetzt haben wir einen Kratzzahn, der in einer zylindrischen Bohrung die obere Kante wegkratzt und damit auch wieder die elektrische Verbindung herstellt. Um Ihnen die Funktion zu zeigen haben wir hier ein Scharnier, bei dem beide Scharnierhälften elektrisch miteinander verbunden sind. Dieses Scharnier ist lackiert und in diese lackierte Senkbohrung setzen wir jetzt unsere Erdungsschraube ein und können sie dann auf dem Blechrahmen oder Tür entsprechend befestigen. Die Schraube ist mit einem herkömmlichen Torx 30 Antrieb ausgerüstet und wird einfach ins Blech geschraubt. Bei der Befestigung wird am Ende der dauerhafte Kontakt zwischen Blech und Scharnier erreicht. Wir haben zwei unterschiedliche Schrauben. Die eine Schraube ist die metrische M6 Schraube, so wie Sie sie herkömmlich kennen und die zweite Schraube ist eine selbstfurchende Schraube, die eine wankelförmige Kontur hat. Diese Schraube schneidet sich in einer Bohrung ihr Gewinde selbst. In der Animation können Sie erkennen, wie die Segmentschneide in einer Senkbohrung und der Kratzzahn in einer zylindrischen Bohrung den elektrischen Kontakt herstellt. Ich hoffe, ich konnte Sie für unsere neue Erdungsschraube begeistern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns direkt oder über unsere Website direct.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.